Musik 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 Du Lex Entweder ich bin zu dämlich Musik Ich komme mal runter Da war eine Tür Ja, musst du gucken Musst du gucken, ja Ich komme hier nicht drüber, ja Schuss 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 Das war schon mal Das war auch geschützt Feuer! Schmeiß die Kacke auf den Fenster Ich hab nix, muss da ein bisschen was überlassen Ja, ich denke an dich Aber hier ist auch... Ich hab wieder was gehört hier Aber Leben hast du mir nicht gelassen, ne? Ich hab nix hier drin Oh, ich hab nen Schalter betätigt Oh, was hab ich denn da? Hast du auch da was abgekriegt? Was ist denn das für ein Teil? Siam Oh oh, hier ist der... Nein Panther-Faust Ne, so geht das nicht Ich geh mal raus Nein Wird ja nicht sterben Unter Druck hier, ne? Nein Nein Weißt du wie weit ich jetzt laufen muss? Nein 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 Ich muss wieder von ganz vorne anfangen. Das kann jetzt sein. Nein, wir haben noch zwischendurch jetzt doch. Oh, da ist er wieder. Das erklärt mir einiges. Ach, shit. Ich habe keine Muni mehr für die... Bring mal ein paar Raketen mit. Ja, ich kann ihn nicht mal eben so auffallen. Ich habe auch keine mehr. Am Anfang waren welche. Ich gehe nochmal zurück. Oh, da ist noch eine ganze Kiste mit den Dinger. Dann müsstest du gleich mal hier hinkommen, wenn du welche brauchst. Das Dumme ist, ich komme hier nicht runter. Ja, ich habe wieder drei Stück gekommen. Das ist ja witzig. Der Dinger ist immer noch da. Ja, ja. Der macht. 16% eben nur noch. Jetzt könnte ich es sogar von hier treffen. Oder? Vielleicht kannst du nicht mal auf meinen Weg noch mitmachen. Und dann kommt das Ding auf den Meer. Ja, tot bin ich. Das Problem ist, ich kam nicht mehr zurück. Weil ich hätte außen rum gehen müssen. Da hätte das Ding auf mich geschossen. Verstehst du? Ja. Ey, muss man ganz neu anfangen? Das habe ich doch gerade gesagt. Oh nein, na? Das ist doch die Scheiße. Boah, das ist nichts. Aber egal. Das Ding ist fast im Arsch. Du hast ja wieder Panzerfrau. Oh, jetzt habe ich mich selber angeschossen. Boah, wir haben es geschafft. Ja, aber... Das war ein bisschen unbefriedigend jetzt. Ja, wir hätten... Wenn du weiter zu mir kommst, wäre es vorher noch, dann hätten wir das ja meint her geflogen. Ja, ich kam bloß hier. Ich hätte hier außen rum gehen müssen. Und dann hätte der dauernd auf mich geschossen, weißt du? Das bin ich gerade selber befragt, aber wir dann müssen. Irgendwann, ich vermute. Ich bin am überlegen. Ja, hier geht es außen lang. Ach, nee. Ja, da waren wir schon. Vielleicht müssen wir zurück. Vielleicht ist irgendwas aufgegangen. Ich habe ja den Hebel da benutzt. Ja, weiß ich. Gehen wir mal zurück langsamer. Werden wir merken, wenn wir Feind haben, irgendwie... Was hab ich denn jetzt gekriegt? Was ist denn? Also, weißt du schon, wo es lang geht? Nee. Wir gehen jetzt gleich mal wieder zurück und dann... Mal schauen, wer wir mehr Feinde hier irgendwo haben. Nein! Wow, 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 wow! Hä, du hast deine Ambros auf den Arsch. Oh! Siehst du das auch? Oh wei, oh wei, wenn ich hier runter gucke, ne? Wo gehst du lang jetzt? Ich komme wieder hoch. Wieder zurück, würde ich mal sagen, ne? Ja. Untergefallen. Untergefallen. Wie gewalt... Wie bist du denn da rübergekommen, verdammte Hacke? Bist du da runtergesprungen? Das kann ja nur so sein. Das kann ja nur so sein. Ach, du Heiland. Also, wo bist du jetzt hingelaufen? Bist du jetzt zum Anfang der Brücke oder zum Ende? Bist du jetzt zum Anfang der Brücke? Ähm... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, ja, das war der jetzt noch. Bist du? Bist du gestorben? Aber ich glaube, wir haben den Hebel... Genau, wir müssen nämlich wieder zurück. Wir haben da diesen Knopf gedrückt und... Ich glaube, dass das... Oh, mein Gott. Mein Gott! Nein! Tja, ich gebe gleich auf. Nein, der hält nicht. Wie, ist er schon wieder da? Ich denke, du wärst nicht gestorben. Doch, vor mir. Ah ja! Ah ja! Nein! Ah ja! Ah ja! Ah ja! Hm? Man hört deine Freundin. Oh! Ich meine, wenn sie immer mal gerne bei einem Video dabei sein würden, ist ja kein Problem. Also, dann soll sie sich auf deinen Schoß setzen und dann... ... und dann schnauze. Ah ja! 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 Gott. Oh, mein Gott! Untertitelung des ZDF, 2020